So, und hier geht's auch schon direkt weiter mit Far Cry 4. Ah, da hinten sind Gegner, die ballern auf uns, aber wir müssen schnell zurück zu Banapur, damit wir Banapur retten können. Also es geht direkt actiongeladen, actionreich, los, weiter hier in Far Cry. Oh je. Aber das sollten wir schaffen, in 5 Minuten dort ankommen. Das dürfte kein Problem sein, ich möchte jetzt nicht zu viel reden, wenn der Typ da gerade labert. Oh nein. Oh, immer durch, einfach durch, einfach durch. Vorsicht. Vorsicht, ich hab eine Mission zu erfüllen. Oh, komm Fabi hier geradeaus und dann können wir da hochklettern. Perfekt. Oh, jetzt hat Licht angelassen, so. Hoch da. Beeil dich, AJ. So, wo geht's denn weiter? Da links, okay. Das sollten wir hinkriegen, oder da. Ne, wir gehen hier hoch. Komm schon, schneller. Gut, dass wir die Waffe hier gerade aufgepimpt haben und mitgenommen haben. Boah, das hört sich aber nicht gut an, dort im Hintergrund. Boah, jetzt ist es auch noch dunkel. Ist das nicht gut. Oh, da, ich seh schon den Rauch. Oh je. Nimm mal Granaten. Mal gucken, dass wir halbwegs leise da durchkommen. Weil, wenn wir da leise durchgehen, dann haben wir nicht so die große Chance, dass wir uns alle wegreißen. So, ah, ich verbringe mich schon selber. Da ist einer. Oh, nein. Junge, fackel dich selber ab. Granate wirft da. Oh. Oh je. Oh, hier geht alles hoch. Oh, du kacke. So, den hätten wir auch. Mal ein bisschen Munition mitnehmen. Und dann geht es hier weiter. So, einmal da rum. Dann können wir ihn vielleicht von hinten. Ja. Ah, zack. Das hat gut geklappt. Und. Oh, geht doch hoch. Ah, ich brenne, ich brenne, ich brenne. Oh, hier brennt ja alles. Brenn doch. Junge, bleib'n fern. Tschüss. Ja, ich glaube, der ist auch schon verbrannt. Okay. Also, auf zum nächsten. Der müsste da oben sein, laut Karte. So, den hätten wir auch. Ja, da hinten geht es schon direkt weiter. Ach, du kacke. Hilfe, was ist denn hier los? Ah, lösch dich. Lösch dich, Junge. Oh je, Alter. Ah, weg hier. Der Junge kommt jetzt hinterher. Da ist noch einer. Oh. Oh mein Gott. Alter, was geht denn hier ab? Zack. Und den hätten wir getakedown. Ja, ich brenne schon wieder. Jungs, Mädels. Das geht doch nicht. Ich höre, den Helikopter. Ja, da vorne. Oh, Leute, Alter. Dann landet der hier irgendwo. Ja, komm, lande. Granate mal hin. Ah, das hat gut geklappt. Komm, noch eine Granate für euch. Hübs, und ich, take down ich. Yeah. Das hat auch gut geklappt. Oh Gott, Alter. Wann ist das hier zu Ende? Hier ist ja ein richtiges... Die machen ja einen richtigen Ansturm. Ja, das ist der Helikopter, der mir noch angezeigt wird. Und ich brenne schon wieder. Ich habe irgendwie ein Talent dafür, hier ins Feuer zu laufen. So, einmal nachladen. Geben wir uns da ins Feuergefecht stürzen. Aber ich sehe sie schon wieder Mollys werfen. Oh, lass mich in Ruhe, ihr brennenden Scheißkerle. Haha, so. Ja, dann. Oh, fuck, Alter. Oh, jetzt brenne ich, du Sack. Wir müssen da rein. Können wir da rein? Ja, können wir. Badra, wo bist du, Badra? Zeige dich. Runter. Ah, ich brenne. So, da haben wir sie. Ich bin gut. Die Leute müssen sie sehen, sie können sie besuchen. Sie ist nur ein Kind, Siebel, und sie ist gefährlich. Ich nehme sie nach Hause, und dann werden wir über die Leute beschäftigen, okay? Danke. Du bist okay. Das ist was wir getetetet, Arjay. Wir haben Paul's Haus, er schlossen die Stadt. Das ist nicht an Arjay, das ist an mir. Wir können uns nicht über das jetzt. Sie haben die Auspusten genommen, und sie haben Hostagen. Okay, die Auspusten erst. Without sie, wir können von den anderen wegziehen. Komm, komm. Yeah, und damit haben wir die Mission auch wieder mal beendet. Ist doch super. Läuft doch hier. Ja, ich seh's doch. Es ist echt nicht schön hier gerade. Bruder, wir brauchen zu sprechen. Siebel, was ist das? Ich bin in Manapur, und Amita ist auf die Auspusten. Es ist wichtig, dass Sie mit den Auspusten helfen können. Ich weiß, dass es viel zu fragen. Aber sie müssen uns geschehen, bevor wir die Auspusten zurücknehmen. Was haben Sie gesagt? Die Auspusten ist wichtig. Aber unsere größte Priorität ist die Leben der Auspusten. Die Menschen von Kirat beten auf den Gold und Pass für Schutz. Erreicht das Bergdorf, alles klar. Oh, da hinten. Okay, jetzt müssen wir, glaube ich, den Außenpusten. Das ist bestimmt wie in Far Cry 3. Einmal ausnehmen. Ich glaube, dann nehmen wir wieder den Gleiter. Wenn er da ist. Ja, er ist da. Perfekt. Und ihr hört auch schon die bedrückende Musik. Ich finde es gerade auch nicht so schön. Nach der Action kommt jetzt erstmal wieder... Boah, also ein bisschen... Ne? Ein bisschen runterfahren. Und jetzt schlagen wir zurück. Jetzt holen wir sie uns. Einmal quer darüber. Uh. So langsam wird es was mit dem Aussteigen. So, und das sieht auch alles so schön aus, ne? Hier könnte ich bleiben. So. Bringt mich da hin, wenn ich alt werde. Na, können wir hier hinten was? Ja, hier musst du auch irgendwo... Hm. Na ja, egal. Wir haben nicht so viel Zeit. Von daher begeben wir uns direkt zur Mission. Schön. Hier, hier verbringe ich meinen Ruhestand. So, Ende. Guckt euch das an, Alter. Die ganzen Vögel. Büsche, Bäume, Berge, Kliften. Hier, Glockentürme. Und da ganz hinten müssen wir noch hin. Oh je. Ich wechsle mal auf Silent Mode. Ach ne, wir haben gar keinen Silent Mode. Oh Gott. Aber wir haben Wurfmesser, ne? Ja. Perfekt. Was macht ihr denn da unten schon wieder? Ich muss jetzt zwei Geiseln mindestens retten. Okay. Und die ganzen Wachen töten. Das sollten wir hinkriegen. Das dürfte auch kein Problem sein, ne? Schleichen wir uns hier mal über den Berg an. Was man da schleichen nennen kann. So laut, wie man da hochklettert. Oh, und Deko. Da hinten ist schon einer. Aber ich bin schon mittendrin, ey. Unterhänden. Die braucht man. Da ist ein Geisel. Okay. Ich würde gerne mal wissen, wie viele Wachen das sind. Oh, ob das so klug war? Ne. Jetzt fallen wir hier runter. Okay. Ja, komm schon. Jetzt müssen wir halt da rum wieder. Aber ich glaube, das ist eh der taktisch klügere Weg. Ja, komm schon. Lauf. Lauf, RJ. Gehen wir einmal da hoch. Ach, guck mal, hier haben wir einen Bogen. Ja, nimm mir den doch. Das ist doch passend. Damit können wir nämlich schleichen. Oder besser schleichen. Ob das gut geht? Boah, ich glaube, das war nicht so gewollt. Ja. Da hat er sich in den Himmel gebitcheslappt. Und Takedown, oder? Oh, da sind ja noch welche. Ach, ach, du Kacke, ach, du Kacke. Geh zurück, geh zurück. Zuerst den da dann. Zack. Und noch einer weniger. Ha, haben Schreien getötet, Junge. Hätten wir nicht so viel gebetet. So, den holen wir uns jetzt aus dem Busch raus, wenn er kommt. Zack. Und der nächste. Boah, der hat schön hinter das Ohr gesessen. So, und der letzte hier vorne. Ja, nee, komm, den Takedown, wir von hinten. Richtig episch. Zack, so. Na klar, mach ich sofort. Ich befreie sofort. So, dich machen wir auch noch locker. So, die Mission ist auch beendet. Und während ich hier die Geisel noch befreie, sage ich wie immer Dankeschön fürs Zuschauen bei Far Cry. Wir sehen uns dann morgen wieder. Und ich lasse die Frau ja auch noch ausreden, keine Sorge. Von daher macht's gut. Lass gerne ein Like da. Bis denne. Hey, du bist hier neu, und Sabal kann sehr beeinflusst werden. Ich wollte nur meine Rolle. Und ich mag das, aber du musst sehen, die größte Bildung. Ich hatte bereits eine Anruhe, um mit dem Outpost zu beschäftigen. Aber jetzt muss ich re-tasken meine Führerinnen, so dass sie sich die Hostagen beschädigt haben, die du hast geschützt hast. Was schädigt? Die Flüge. Er mag nicht zu verlieren. Nicht wahr, A.J.? Es gab ein Plan, und jetzt ist es vorbei. Es wird ein Zeitpunkt, bevor die Dinge mit dem Kloer blöden. Insofern, die Soldaten in der Outpost haben viel Zeit für dich. Nicht, wenn ich kann es helfen. A.J., attacke das Outpost auf deinem eigenen wäre ein Suizid. Wait, bis wir dir die richtige Unterstützung geben können. Ich kann das tun, Amita. A.J., nicht!